Hallo. Ja, Maximilian wollte auch mitmachen. Was hast du denn da in der Hand? Sag mal. Du wolltest mitmachen? Ja. Maximilian wollte mitmachen. Hier sind die Promi-News mal kurz umgestiegen auf eine andere Cam. Ich weiß, es ist nicht die Top-Qualität. Wir sind auch schwarz-weiß. Aber Maximilian wollte heute vor Weihnachten nochmal dabei sein. Ja, es geht um den Felix von Köln 50667. Warte mal, ich muss mir mal ein Bonbon zücken maximieren. Ne, nicht für dich, für Papa. Wir scherzen hier. Vor Weihnachten uns geht es. Guten Morgen. Hat die Mama Geburtstag, ne? Hey, Weihnachtstag. Weil das so ist, genau. So, dann erstmal wünschen wir euch frohes Fest. Ach so, 52 Sekunden schon haben wir. Wow. Wow.